Schönen guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Wir würden gerne ausgeschicken. Gern, wenn Sie mir bitte den Zimmerschlüssel geben. Und, wenn Sie mir zufrieden sind, dann haben wir hier die Rechnung. Das macht dann bitte 300 Euro. Ah, das bitte, das muss ein Irrtum sein. Meine Frau und ich waren nämlich nur eine Nacht da. Ja, ich weiß, das ist der Preis für eine Nacht. Ja, ich meine, das Zimmer war ja schön, aber 300 Euro. Sie müssen aber bedenken, dass wir einen riesigen Wettesbereich im Untergeschoss haben. Den haben wir aber gar nicht benutzt. Hätten Sie aber können. Ja, und dann nicht zu vergessen, unsere topmoderst ausgestatteten Konferenzräume. Ja, auch die haben wir gar nicht benutzt. Hätten Sie aber können. 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 Ich werde Ihnen gleich sagen, was Sie können. Hätten Sie aber nur für den Kurs zu Hause. Oh, und wir sitzen anders. Oh, wir sitzen anders. Doch, wir machen das so. Dann geht mit dem Schuss. So, bitte schön. Dankeschön. Äh, Moment mal. Das sind ja aber nur 100 Euro. Ja, richtig. Wir haben nämlich 200 Azzum, weil Sie mit meiner Frau geschlafen haben. Aber das habe ich doch gar nicht. Hätten Sie aber können.